Was ist die Demenz-Erkrankung? Generell lassen sich Demenz-Erkrankungen in vier verschiedene Stadien unterteilen. Und zwar abhängig von ihrem Verlauf und den zugehörigen Ernährungsproblemen. So gibt es zuerst das erste Stadium, nämlich die präklinische und frühe Demenz, das zweite Stadium die leichte bis mittelschwere Demenz, das dritte Stadium benannt als mittelschwere bis schwere Demenz und das vierte Stadium die schwere Demenz. Der Verlauf der Erkrankung ist abhängig von der Form der Demenz und auch von den verschiedenen Einflussfaktoren, die dabei auftreten können. So kann zum Beispiel Einsamkeit und Isolation, Stress und Überforderung oder auch Unterforderung, genauso wie das Verlassen der gewohnten Umgebung durch einen Krankenhausaufenthalt zu einem rascheren Voranschreiten der Erkrankung führen. Die Ernährungsprobleme lassen sich diesen vier Stadien grob zuordnen, und können sich in ihren Symptomatiken auch durchaus überschneiden. Im ersten Stadium der Erkrankung in der präklinischen und frühen Demenz dominieren Riech- und Geschmacksstörungen. Obwohl unsere Riechzellen ein Leben lang nachgebildet werden, verlieren wir im Alter die Fähigkeit, Gerüche noch so gut wahrzunehmen wie in jüngeren Jahren. Wenn man sich zum Beispiel die Personengruppe der 65- bis 80-jährigen Menschen bei uns in der westlichen Welt ansieht, ist es so, dass 60% von ihnen eine Riechstörung haben. Und bei den noch älteren, bei den ab 80-jährigen, betrifft bereits drei Viertel der Personen. Also wirklich ein sehr großes Ausmaß. Diese sogenannten physiologischen Veränderungen sind bei Demenz noch begleitet von pathologischen Veränderungen. Das heißt, die Demenz an sich kann zusätzliche Riech- und auch Geschmacksstörungen mit sich bringen. Bei der Alzheimer-Demenz ist es zum Beispiel so, dass die Riechstörungen ein sehr frühes Symptom sind, lange schon bevor überhaupt die ersten kognitiven Beeinträchtigungen auftreten. Es äußert sich in dieser Form, dass beispielsweise Gerüche nicht mehr erkannt werden, dass sie nicht mehr voneinander unterschieden werden können oder auch nicht mehr benannt werden können. Also man weiß einfach nicht mehr, um welchen Geruch handelt es sich hier. Bei den Geschmacksstörungen ist es etwas anders. Wir haben hier verschiedene Geschmacksqualitäten, zum Beispiel bitter, sauer, salzig und süß. Und die ersten drei, also bitter, sauer und salzig, werden in der Wahrnehmung schwächer. Das heißt, in weiterer Folge Lebensmittel und Speisen, die eben eher bitter sind oder eher sauer sind, werden vermehrt abgelehnt, zum Beispiel Salat, Gemüse, Kräuter oder auch Vollkornprodukte, während Süßspeisen sehr, sehr gut akzeptiert und auch sehr gerne weiterhin gegessen werden. Diese Veränderungen von Geruchssinn und auch Geschmackssinn bringen eine Veränderung der Nahrungsauswahl mit sich. Das heißt, die Ernährung wird häufig unausgewogen, wird einseitig und das kann generell dann zu weniger Nahrungszufuhr führen, kombiniert mit einem verminderten Appetit. Weil man kann sich das gut vorstellen, wenn das Essen nicht mehr schmeckt, dann mag man auch nicht mehr so gerne viel davon essen. Das zweite Krankheitsstadium, die leichte bis mittelschwere Demenz, ist gekennzeichnet durch Defizite in den Bereichen Aufmerksamkeit, Entscheidungsfähigkeit und Exekutivfunktionen. Das äußert sich darin, dass Tätigkeiten, die Entscheidungen benötigen, schwerfallen. Wenn ich das jetzt auf die Ernährung oder auf das Essen umlege, dann ist es so, dass es den Erkrankten beispielsweise nicht mehr leicht fällt, das Essen oder die Speisen für die nächsten Tage zu planen oder eine Einkaufsliste zu erstellen, mit der Einkaufsliste einkaufen zu gehen, sich zu überlegen, was bekomme ich wo, wo muss ich denn hingehen. Und genauso ist beispielsweise auch die Lagerung von Lebensmitteln oft problematisch. Es wird vergessen, dass Milchprodukte im Kühlschrank gelagert werden müssen und wenn die dann im Lange im Warmen stehen, kann es natürlich zum Verderb von Lebensmitteln kommen. Also es bringt weitere Problematiken mit sich. Neben dem Einkauf und der Aufbewahrung sind auch die Arbeitsschritte beim Kochen selbst häufig schwierig oder problematisch, weil Kochen eine sehr hohe Koordinationsfähigkeit erfordert. Ich muss bei einem Rezept die Arbeitsschritte in der richtigen Reihenfolge machen, damit das Rezept funktionieren kann. Wenn ich jetzt den Salat nicht zuerst wasche und in kleine Stücke teile, bevor ich ihn mit Essig und Öl mariniere, dann wird das nicht gut funktionieren. Oder wenn ich vergesse, die Kuchenform zu befetten, bevor ich den Teig reinfülle, dann wird mir alles ankleben. Das heißt, Kochen benötigt eben eine bestimmte Koordinationsfähigkeit, die hier häufig verloren geht. Das betrifft einerseits eben die Abfolge und andererseits auch das parallele Arbeiten an verschiedenen Arbeitsschritten. Beim Kochen muss ich manchmal etwas zerkleinern, gleichzeitig im Topf umrühren oder auch eine Speise abschmecken. Auch das kann ziemlich herausfordernd werden mit der Zeit. Nicht nur die Abläufe beim Kochen sind betroffen von diesen Einschränkungen, sondern durch den Verlust des Erinnerungsvermögens kommt es auch zu Schwierigkeiten beim Essen selbst. Erkrankte wissen häufig nicht mehr, ob sie schon gegessen haben, wann sie das letzte Mal gegessen haben oder auch was sie gegessen haben. Und dazu kommt es dann einfach zu zu langen Pausen zwischen den Mahlzeiten, wiederum zu einer zu geringen Nahrungszufuhr, die einfach dann eben den Körper zusätzlich schwächt. Und nicht nur dieses Vergessen auf die einzelnen Mahlzeiten, sondern auch die Mahlzeit zu beginnen, sich auf die Mahlzeit zu konzentrieren und diese bis zum Ende fortzuführen, sind häufig eingeschränkt. Das heißt, es sind ja viele Faktoren, die eine normale Nahrungszufuhr schon deutlich beeinträchtigen. Die Zahné Die Zahné Die Zahné Untertitelung des ZDF, 2020